Bei der Lassie D2 Quadra handelt es sich um eine externe Festplatte im 3,5 Zoll Format. Das vorliegende Modell hat eine Kapazität von 2 TB. Das Gehäuse ist aus Metall und wirkt robust. Das Design stammt von Nilpulten. Um die durch den Betrieb entstehende Wärme besser abführen zu können, ist das Gehäuse äußerlich nicht glatt, sondern geriffelt. Laut Hersteller arbeitet die D2 Quadra sehr leise, denn das temperaturgesteuerte Lüftermanagement passt die Geschwindigkeit der Lüfter an die entstehende Wärme der Platte an. Lassie hat die D2 Quadra mit vielen Anschlussmöglichkeiten versehen. eSATA und USB 2.0 sind ebenso vorhanden wie FireWire 400 und 800. Laut Hersteller eignet sich das Laufwerk als Speicherlösung für die Audio- und Videobearbeitung. Die D2 Quadra kann in einer FireWire-Kaskadenanordnung an DV-Kameras angeschlossen werden. Das Gerät ist 44 mm breit, 160 mm hoch und 173 mm tief. Es wiegt 1,5 kg. Neben einem umfangreichen Kabelangebot ist im Lieferumfang auch die Backup-Lösung EMC Retrospect Express enthalten.